Hallo liebe Leute und willkommen zu Tales of Berseria. So, wir machen natürlich zuerst bitte die Expedition. Melone. Okay. Eine neue Recipe! Ich muss es versuchen. Scout-Ship-System zu verlassen. Letzten Folge benutzt haben Okay, das ist definitiv grün Dann mal hier hinten gucken czenia sammeln russe Es war nicht immer wert Ich kann euch Du hast das! Geh' zu! Geh' zu! Verletze! Geh' zu! Du bist du! Geh' zu! Geh' zu! Geh' zu! Geh' zu! Verletze! Verletze! Ja! Du bist nicht verletzt, oder? Nein, ich bin gut. Gut, dann mal diesen Stein hier. Geh' zu! Geh' zu! Geh' zu! Geh' zu! Geh' zu! Geh' zu! Verletze! Geh' zu! Ich habe es gut gemacht, nicht wahr? Gelb, okay, wir brauchen hier auch noch den Baum, den Erdpulsbaum. So, jetzt können wir jedenfalls hier durch. Gut, ich gehe davon aus, dass es wieder umgeschaltet werden muss, um weiter voranzukommen. Hier ist jetzt auch so ein Schalter für Blau und Rot. Ja gut, mal gucken, gehen wir einfach mal weiter. Okay, Blau. Wobei, nicht unbedingt. So, was gibt es denn hier? Zwei Wege. Ja gut. Zehn Tails Münzen. Ich lasse es jetzt mal auf Blau stehen. Ja gut. Das Wettbewerb, die Nummer 2 auf dem Throne gezeigt hat, ist es schwer zu glauben, dass er das in ihm hat. Der Lord Melchior sagte, dass Nummer 1 auch voll von untappten Potenzial war, wenn ich es habe, um es zu benutzen. Das Wettbewerb, meine Frau, du siehst angry. Ich? Was? Ich bin für mich, für mich zu schrauben und zu Völven. Oh, das? Ich war keine Ahnung. Ein Mann hat eine Hand von mir verloren. Ich bin nur frustriert bei meinem eigenen Incompetenz. A Hand? Ich bin nicht egal, was mir passiert, nicht so lange ich kann, Oskar. Ich bin der, der schluchte deinen liebsten Bruder schluchte. Und du hast mich geholfen? Ja, du schluchte ihn. Du schluchte ihn, und seine Ehre, und sein Herz. Du schluchst dann noch eine Brücke? Na gut, du kannst mich nicht in meinem Schlaf. Mit kein Molokim, ich bin eine Ordinary Frau. Wie kann ich den Lorden der Kalamität schluchten? Ich bin schluchtert und schluchtert. Gut, dann versuchen wir uns aus dem Weg. Frau Theresa, Velvet ist nicht so anders von dir. Sie hatte einen kleinen Bruder, sie... Ich weiß alles über den Lorde der Kalamität. Aber nichts davon ist mir wichtig. Ich bin so wunderschön, wie ich jetzt bin. Das ist der einzige Weg für mich. Es ist der einzige Weg, den ich zu retten kann, Oscar. Frau Theresa... Irgendwie nervt es mich gerade mehr, als dass es sympathisch war. Aber gut. Hm. Schon wieder eine grüne Barriere. So, eine Kiste mit Trank des Lebens, den lassen wir mal zurück. Müssen wir das Ding aktivieren? Ja, doch, da geht's weiter. Das heißt, wir gehen erstmal... ...hier entlang. So, ich sammle die ganze Zeit diese Geister an, weil die brauchen wir ja die ganze Zeit irgendwie. Das ist ein bisschen wie... ...hier entlang. ...hier entlang. Hm... ...hier entlang. das grüne Siegel deaktivieren. Hm. Jetzt können wir auch mal gucken, was da drüben ist. Irgendwo in der Kiste? Ne. Gut, ich bezweifle, dass das der richtige Weg ist. Oha. Okay. Es ist tatsächlich eine Art Abkürzung. Sagen wir es mal so. Die möchte ich aber nicht gehen. Wer weiß, was ich da drüben alles verpasse. Das ist ja doch ein bisschen was. Ja, doch. So, eine Kiste, die wir anscheinend übersehen. 5600 Gold. So, der Weg ist frei. Okay. ich muss das blaue deaktivieren und das grüne aktiviert lassen ok gut sieben auf der karte nein sieben nicht so wo war jetzt das blaue siegel da drüben ist es so aktivieren wir mal das grüne siegel wieder so ich lasse die gegner jetzt gerade bewusst ein bisschen aus denn wir sind einigermaßen stark das reicht und falls wirklich ich dann trainieren muss kann ich das ja auf screen machen oder wir laufen dann einfach ein paar mehr gegner rein je nachdem so da kommen wir jetzt jedenfalls durch eine tales münze so des lebens lassen wir auch mal zurück der ist jetzt im weg die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Du kannst es auf sein, dass es ein dummer. Du wirklich wissen sehr viel über diese Sachen. Es ist ein bisschen überraschend. Du, du denkst so? Na, ich war in der Abbey, also... Warum hast du ihn nicht gesagt, Lord Oscar? Das ist, was dich beschäftigt? Das ist, weil wir beide so populär mit den Damen und Herren. Ich finde ihn ein Rival. Okay, da ist wieder ein grünes Siegel. Das können wir aber einfach brechen. Gut, hier geht es aber nicht wirklich. Oh, rote Kamille. Ah, okay, hier brauchen wir diesen Erdpulspunkt Baum, wie auch immer. Wird mich nicht wundern, wenn der irgendwo dort drüben ist. Okay, da geht es ja noch ziemlich weit weiter. Hm. Gut, erstmal das da deaktivieren, damit wir da rüberspringen können. Vielleicht gibt es da irgendeinen Schatz oder irgendwas interessantes. Wer weiß. Ja, eine Katzkiste. 300 und wir haben 354. Okay, diesmal gab es nichts. So. So, ist die Frage auch bei der Se... Ja, doch. Wir müssen Blau wieder deaktivieren. So. So, da haben wir schon mal einen gelben Punkt. Mal gucken, wo das gelbe Siegel ist. Ah! Oh, it's a beetle. Yeah, a Lionel Giant Thunderstag Beetle, to be exact. Why do they always have such awkward names? I... I think it's a cool name. I've never been able to figure out why boys are so drawn to these things. Huh? What's the matter? Didn't you want to see it? Uh, yeah. Thanks! When he was little, Oscar was always running around the woods collecting bugs. He'd get so into it. It was never long before he'd trip and hurt himself. Did you grab bugs for him? Yes. I thought they were gross. But I was much taller than him, and I had the reach. Once, he gave me a whole pile of cicada shells as his way of thanking me. I just screamed. I'm sure he just wanted you to know how he felt. I can relate to that. Rather unusual for a Moloch like you to contemplate such things. Well, I try to. It's just really hard sometimes. It's hard for people, too. Sometimes it feels insurmountable. And yet we can't give up. Sometimes you just have to say what you believe in your heart. Even if you're not good at saying it. What I believe. Fi, hurry up already! What were you two talking about? Nothing. Hmm. Weiss nicht, was ich von der halten soll. Oh, das ist die weg. jetzt frei habe ich hier wieder gemerkt. Oder wenn ich mich davons �iege mich. Wange ich auf die medien soll. Ich gewisse die weg. Da ist meine Kraft ja Welcome. Hier correlation wir gleich sind die Abflucht. Ich wünschte, dass ich so Power hätte. Das Ding steht hier auf. So. Wie geht? Ein Feuersiegel, alles klar. Hey, Lafayette. Du hast eine neue Stagbeetel gefunden, oder? Ja, Frau Theresa hat es für mich bekommen. Oh, diese Pizzer sind scharf. Eisen, schau mal an dieses feines Spezimen eines Stagbeetels. Warte, ich glaube, das könnte ein Rhinoceros-Beetle sein. Entschuldigung, ihr zwei. Wenn ihr in eine andere Kampf über das, würde ich nur sagen, dass es ein neues Beetle von Drone-Beetle ist. Du wirst nicht. Du hast uns wirklich herausgefunden, oder? Elinor, du hast ihn nicht gesagt, dass du das gerade gesagt hast, hast du? Ich habe nicht. Ich habe ihn mit ihm gemacht, aber er ist nicht mit mir. Ein Moloch. Sie sind so human. Ich habe ihn so gedacht. Malachim, die freiwillige Willen, wie Menschen? Das war nicht wahr. Aber die Nachrichten, die Lafayette und Eisen, hat mir die Wahrheit. Sie lachen in die Worte, und sie schreien in die Worte. Sie sind auch in die Worte. Sie sind auch in die Worte. Sie sind auch in die Worte? Sie sind auch in die Worte? Ich nehme es als ein Worte, dass nicht nur Malachim, sondern auch Dämonen und Therien, haben ihre eigenen Gedanken und Gefühle. Ich dachte, du liefst Dämonen. Ich bin sicher, aber jetzt fühle ich etwas außerhalb von der Worte. Malachim, mit freiwilligen Willen? Dämonen und Therien, auch? Du musst, dass du das in Lafayette sagst. Oder du hast nicht den Beetle für ihn, wenn du ihn sahst. Du musst, dass du ihn bemerkt hat. Du musst, wenn Oskar war ein junger Junge. Am ich richtig? Diese Gespräche ist vorbei. Oh, Mann. Theresa, sei ehrlich. Ist nicht da etwas falsch mit der Abbey, die eine gefährliche, experimentale Kunst in dem Feld benutzt? Oskar ist derjenige, der mit dem Feld entschieden hat. Du wirst nicht glauben, dass du nichts über was er ist. Gut. Wir müssen mal kurz hier etwas umschalten. So. Gut. Das hat vorne jetzt auch der Erdpulspunkt und ein gesuchtes Monster. Monster. So. Das können wir erstmal wieder umschalten. Gut. Hier ist das grüne Schild zum Deaktivieren. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das sollte. Lassen wir es erstmal an. Das Kunst könnte fütlich sein. Ich kann nicht, Oskar zu versuchen. Frau Theresa, ist etwas der Fall? Es ist nichts. Ich bin gut. Aber du sahst, als ob du in Angst hast. Oh. Ich dachte nur ein bisschen. Du hast nicht Zeit, nach dem Rettung des Corsairs zu retten. Du bist sehr schwer auf dich selbst, du kennst. Und sogar schwer auf anderen. Das ist nicht was ich. Das ist nicht was ich. Es ist nicht wichtig. Ich bin gut sicher, dass ich so cold bin. Aber sie sagen, dass ein Moloch nie immer weiß das Herz des Vessels. Ich habe nichts gesagt, all those times, dass du nach der Bibliothek kamst, habe ich? Du wusste das? Natürlich wusste ich. Ich wusste es nicht. Aber ich war einfach, dass du freiwillig bist, wie ein Möchner könnte. Ich würde das kleine Pup. Nr. 1. Es war nicht so, wie du warst. Was macht dich anders? Ich bin sorry. Ich bin sorry. Nun, die Jungs werden die Jungs, glaube ich. Aber ich war planen, um dich zu verletzieren, wenn das Verhalten weitergeht. Verletzieren mich? Du wirst nicht wissen. Es wird verletzieren. Es wird verletzieren. Frau Theresa. Ha 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 ha. Schau dir, wie offen sie ist. Du glaubst, dass sie wirklich mit uns arbeitet? Ich glaube nicht, dass sie mit uns verletzieren. Aber ich glaube nicht, dass sie völlig verletzieren ist. Schau, ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht das sagen muss, aber... Du wirst nicht. Ich werde mich nicht verletzieren. Wenn ich etwas lustiges sehe, dann ist sie tot. Und seitdem sie keine Moloch hat, wird es schnell. Hm. Na gut. Okay. Hier ist ein... Siegel. Dass es zu dem Ziel führt. Na gut. Zack. Dann speichern wir das jetzt erstmal. Und dann werden wir in der nächsten Folge zu diesem... Naja. Ziel. Daher mal mitgehen. Gut. Ja, dann danke ich mich erstmal fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Ich werde meine Revenzation. Ich werde die Revenzation. Ich werde meine Revenzation. Ich werde meine Revenzation. Ich werde jetzt mitmachen, utan zu sein auf mich. DICHT Vielen Dank.